hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play room to the world 2 mit sparta ja letztes mal haben wir uns gegen die lusitana mit spartas mythos bewährt oder spartas mythos haben wir verteidigt und dann gegen feindliche sklaven die von von norden italien kamen wirtschaftliche ansicht wir betreiben ich würde die landwirtschaft machen wobei das ja wir brauchen eigentlich alles nicht ja wir brauchen eigentlich alles nicht also geld haben wir genug ja machen wir mal essen weil das ist die größte gefahr noch okay kind ist geboren agent erholt das ist super dass du da bist genau hier haben wir uns verteidigt reichweite angriffsbonus wir machen erfahrungsränge wir machen eine veteran armee wobei moral bei defensiv kämpfen nahkampfabwehr bringt bei uns nix weil nahkampfabwehr haben die sowieso gut es wäre noch was was für uns interessant wäre rüstung nahkam angriff von nahkampfabwehr machen wir das so gut hier oben ist meine nächste armee wie soll ich hier mal das einnehmen 80 80 ist ein bisschen wenig ich meine so viel hat er gar nicht na gut dann kämpfen wir auch mal als so viel hat er gar so aufstellung starten also der stellt sich oft hier 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 und da auf und da also macht hier so einen fetten kreis mit hier normalerweise greife ich von hier und da und dann und die pferde mache ich meistens hier machen 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 wir mal wieder wie mir das team öffnet sich die ganze zeit das ist ein bisschen blöd das seht ihr natürlich nicht weil ich es eingestellt habe dass er dass er nur die bildschirme oder dass das spiel aufnimmt nicht die bildschirme aufnahme so die ganzen piken komme ich hier an der front vorbei die da kommen hier warte ja doch die bekommen auch zwei piken so ist es doch ganz schön hier hat er sich jetzt komplett aufgestellt interessant so ihr kommt hier kommt dahin hier kommt dahin hier kommt da rein in general kommt hier so kann man ein bisschen so kann man ein bisschen so kann man ein bisschen Super. Die haben ein bisschen Action hier. Die haben hier gar nichts. Die unterstützen die mal. Die kommen mal hier hin, weil hier ist die eher die Gefahr. So. Hier kann ich mal die Tangle zumachen. Von hinten nochmal rein. Das war gerade etwas interessant. Die Speerkämpfe ermassen eure Befehle. Entschuldigung. Ja, komm mal da. Die Befehle Verstand. Oei, oei, oei. 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 Der ist jetzt auch fertig. Den ziehe ich nochmal komplett zurück. Damit der sich wieder ein bisschen fangen kann. Was ist hier denn passiert? Meine Güte. Ich stelle mich jetzt erstmal gescheit auf. Weil dadurch bekomme ich dann bessere... Bessere... Ah, nein, nein, nein. Nicht da rein. Nicht da rein. Aber du schon. So. 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 Ihr geht jetzt mal raus. Was macht ihr denn? Ah, das war schon wieder ein Bug. Ah. Ah. Du kannst... Du darfst auch mal rein. Mal kommen. So. Okay. So. Wie ich es ähm. Gerade gemacht habe. Sind die 80 Prozent noch sehr gut. Ich habe gerade sowas von versagt. Ah. Was war das denn für ein Humbug? Wir fehlen verstanden. Wir fehlen verstanden. Wir fehlen verstanden. Jetzt kann ich aber vorspielen. Unser General wird angegriffen. Wir fahren. So. General... Feindlichen General töten. Wobei... Ne, musste ich gar nicht. Aber... Muss ich gar nicht. Ja. Aber dadurch ist der noch ein Level hoch gestiegen. Ja. Fast 500 haben wir verloren. Das ist halt ein... Fast ein Viertel. Ja. Nicht so gut. Gar nicht gut. Ja. Dann scottest du mal ein bisschen weiter. Gut. Gut. Was? Warum? Oh. Wegen hier. Na dann. Warte. Ich schau mal nochmal... Warte. Ich schau mal nochmal... Ich schau mal... nochmal mit einem Spion. Ob hier jemand ist. Okay. Aber keine große Gefahr. Du kommst jetzt auch da hin. Warte mal. Okay. Hier geht's halt mächtig ab. Aber... Da oben ist es alles... Äh... Ja. Relativ befriedet. Sag ich mal. Also jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5... Äh... Städte. Aber... Das ist ja schnell gemacht. Da unten... Ist auch relativ schnell gemacht. Okay. Ich... ich will mal kurz... kurz schauen... Die sind alle nach hier gegangen. Aber greifen nicht an. Das ist interessant. So. Die 300... Achso. Das ist nicht... Äh... Die 300 Erste. Sondern... Ich hab's einfach nur... Die 300 genannt. Nach dem Film. Achso. Okay. So. Regen. Ich will keinen Regen. Ich muss... Äh... Die Elefanten von ihm... Äh... Aufhalten. Oh. Alle von euch, die... Ähm... Hier ist übrigens... Äh... Sehr schöner... Zensurbalken. Alle von euch, die... Ähm... Das... Äh... Let's Play von... Äh... Together von mir... Ähm... Verfolgen... Kennen diese Stadt. Also... Da spiel ich ja Sparta gegen... Die... Äh... Seleukin. Beziehungsweise... Ähm... Wieso... Wieso ist das so? Naja, okay. Ähm... 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 Auf jeden Fall muss ich es schaffen... So schnell wie möglich... Oh, wow. Wow. Ja, das habe ich gesagt, dass du das machen kannst. So schnell wie möglich hier alles einzunehmen... Bevor die Elefanten kommen. Kommandant! Stopp helft der Geschwindigkeit! Befehle! Befehle verstanden! Befehle! Amen! Die kommen von hier hinten. Und äh... Hier... Genau. So... Wobei die... Äh... Die Pferde kann ich wieder zurückschicken... Weil der hat hier... Sauviele. Unser General wird angekürfen! Oh, das wird... Äh... Knifflig. Das wird knifflig. Ich stelle mich mal umgekehrt hin. So, dass die hier... Reinschießen. Und zwar ordentlich. So... Und jetzt bettere ich hier alle... Das Problem ist halt, dass... Das Problem ist halt, dass... Das Problem ist halt, dass... Das ist gerade doof, weil irgendwas sich hier macht. Die Krieger fallen Blut! Man... Man... Ah... Sieh! Schnelle Nacht! Aber der liegt! Vater! Wir stechen Ihnen mitten ins Herz! Der war halt hier richtig... Äh... Äh... Schönen Charme! Der feindliche General ist tot! Die müssen hier einfach nur... So lange aushalten, wie es geht! Ah... Shoot! Jetzt... Jetzt kommt seine Armee! Hudelele! Jetzt kommt seine Armee! Ah... Shit! Ich hab's halt nicht geschafft, ne? Ich hab's halt nicht geschafft. Ich hab's halt nicht gehört... So... Ah... Ich hab's halt nicht! Und jetzt geht's nicht. Ich hab's halt nicht. Ich hab's halt nicht gewohnt... Ja, ich hab's halt nicht. Ich hab's halt nicht! Ich hab's halt nicht... Ja, natürlich wanken die. So, jetzt kommt die Kavallerie mal da raus und geht mal da hin. Und ihr, du gehst mal da hin, schnell, schnell, schnell. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ihr breitet euch mal hier aus. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das kann man natürlich auch... Das tut so weh. Das tut so weh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hä? Oh, das sind... Okay. Das ist ein schwerer numidischer Lenker. Unser General ist gefallen. Ja, natürlich. Ah. Krass, das verliere ich. Das werde ich verlieren. Weil ich nicht geschafft habe, in die Stadt zu kommen. Ja, wobei... Ne, ich werde das noch gewinnen, wegen den Steinschleidern. Aber... Mega schlecht. Deswegen ist es immer unglaublich wichtig, so schnell wie möglich in die Stadt zu kommen. Also, ich kann es noch gewinnen, aber das heißt nicht, dass ich es gewinne. Macht Sinn. Hm. 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 Er hat halt genau so viele Fernkörper, das ist das Problem. Und hier habe ich auch nichts mehr dazu sagen. Es wird auf jeden Fall ein Pyro Sieg. Und das tut richtig, richtig weh, das waren alle richtig gute Einheiten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja wirklich, sehe ich noch nicht. Das ist halt der Vorteil an Plankler, vor allem den schweren Planklern, dass die im Nahkampf sehr viel besser sind als natürlich Steinschmetterer. Das ist ein schändlicher Anweckung. Komm schon. Komm schon. Das bleiben halt wirklich nur die... Wow, 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 wow. Ich bin mal gespannt, wer alles noch wirklich überlebt. Sein Vorteil war auch, dass er so viele Plankler-Kavallerie hatte. Das war richtig, richtig, ähm, blöd für mich. Das war richtig schlecht. Puh, was für ein Kampf. Oi, 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 oi. Wow. Teurer Sieg, meinst du? Aufgestellt, 1900, 1600 verloren. Autsch. Der hat, äh, ja, fast 1000 mehr aufgestellt. Ernhafter Tod, auf jeden Fall. Ja, die da waren, ja, ziemlich weit vorne, ja. Oh. Das sind halt alles nicht meine. Machen wir erst mal die Konvertierung. Und ich hole mir die seltener, falls der sich jetzt überlegt, anzugreifen. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Au, das hat richtig weh getan. Das hat richtig weh getan. So, nochmal die Obliken. Du wirst Spartege. Ah, mit dieser eingebildeten Frau, ja, ja. Ja, der ruht sich erst mal aus. Die Obliken sind auch dabei. Du wirst dich auch geradeaus. Ähm. 1, 2, 3, 4. Vor allem, weil ich, äh, Gold, äh, Gold 2 bekomme. Macht das sehr viel Sinn hier. So, hier oben. Oh, wieso ruckelt das gerade wieder so? Genau, da hat er es natürlich nicht geschafft. Tut leid. Aber ich schaffe es. Aber ich schaffe es. 77 Prozent. Okay. Das ist eine Schlacht, die wir dann nächstes Mal machen. Wieso nur 77 Prozent? Naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, äh, ja. Heftiges Schlag gerade. Gut. Macht's gut. Bye-bye. Und, äh, ja.